Wie habe ich 19 Kilo abgenommen, ohne Lebensstiländerungen, ohne Fasten und ohne jeglichen Sport zu treiben? Komm, ich zeig's dir! Dieses Video zeigt mich im Sommer 2021. Mein Gewicht ist hier 125 Kilo. Anfang Februar 2022 habe ich angefangen, ein Enzymgetränk zu trinken. Was mein Appetit sehr stark reduziert hat und meine Neigung aufs Naschen komplett eingestürzt hat. Ich esse die gleiche wie vorher, ohne Süßigkeiten, aber ich esse viel weniger, weil ich weniger Appetit habe. Jetzt im Juli 2022 ist mein Gewicht 106 Kilo. So leicht und einfach habe ich noch nie abgenommen. Dieses Getränk besteht aus vier Bestandteilen, alle vier sind Herstellung von der Firma DXM. Der erste und der wichtigste Bestandteil ist Reissessig mit Ganoderma. Der zweite ist Apfel-Ensiem-Getränk. Der dritte ist Morinzi. Und der vierte ist Cordy Pie. Komm mit, ich zeig dir das Rezept. 20 Milliliter Reissessig mit Ganoderma-Extrakt. 25 Milliliter Apfel-Ensiem-Getränk. 20 Milliliter Morinzi. 20 Milliliter Cordy Pie. Mindestens ein halbes Liter Wasser. Das kann auch mehr sein, je nach Geschmack. Dieses Getränk musste man aufgeteilt von morgen bis am Abend gleichmäßig trinken. Und man sollte nur darauf aufpassen. Man darf nur essen, wenn man wirklich Hunger hat. Und nur so viel, wie viel man braucht. Schau nicht auf deine Uhr. Ist egal, wann ist Mittagspause. Iss nur, wenn du wirklich hungrig bist. Viel Spaß beim Abnehmen. Viel Spaß beim Abnehmen.